hallo und herzlich willkommen bei tesla mac mein name ist marian und wie immer bringe ich euch ein weiteres update über alles was ihr von tesla wissen müsst und heute gibt es großartige nachrichten es geht nämlich um das ja endlich kommende fsd update den autopiloten update und es gibt großartige nachrichten auch aus amerika die uns langfristig ja hier auch in deutschland beeinflussen werden weil es geht um das thema vision keine radarsensoren mehr wir werden uns das heute alles einfach mal anschauen und das fsd paket wird wahrscheinlich auch noch mal teurer werden da schauen wir auch rein und wenn euch das gefällt lasst gerne ein abo da und wir starten sie jetzt rein in das video und wir haben heute nachrichten wie gesagt aus amerika es hat gestern und vorgestern angefangen damit dass das thema radarsensoren von der website gelöscht worden ist und danach gab es auch ein tweet von elon musk pure vision autopilot ist ja kommt raus in amerika und es wird auch ein update über die produktion geben in zwei wochen und ein fsd beta v 9.0 version wird dann zwei wochen später raus gelassen und es wird auch die fsd subscription geben das heißt wir haben hier die möglichkeit ist auf einer monatlichen basis auch zu kaufen ich persönlich sage dazu schnell mal dass ich der meinung bin dass es nicht so eine gute idee ist das monatlich zu machen haben weil der wert dieses pakets ja eigentlich steigt wenn ich mir ein paket kaufe da kommen wir auch noch mal gleich zu aber wenn man es sich nicht leisten kann noch dieses paket obendrauf zu kaufen auf das auto was ja inzwischen schon relativ teuer ist das paket dann macht natürlich solch ein monatlicher beitrag sinn in diesem moment vielleicht noch nicht vielleicht in zukunft weil wir natürlich hier in deutschland noch nicht so viele sachen machen können wie jetzt dann wahrscheinlich bald die amerikaner und zwar was passiert ist dass tesla bekannt gegeben hat dass die neuen model 3 und die neuen model y ab mai beziehungsweise juni dann anfänglich verkauft werden aber ohne radarsensoren das heißt leute die in amerika und kanada diese autos jetzt neu kaufen werden gar keine radarsensoren mehr im auto haben das ist erstmal sehr sehr gut für tesla weil der hintergrund ist natürlich der dass tesla hier mit weniger kosten hat also nicht nur dass sie das produkt verbessern und der meinung sind dass sie ohne radarsensoren sogar noch ein besseres produkt haben nein es ist auch günstiger von tesla und das ist eben halt auch sehr sehr wichtig wenn es um die profitabilität von tesla in der näheren aber auch langfristigen zukunft geht des weiteren ist es so dass dieses alles als eine testphase gesehen wird das heißt alle leute die in deutschland ein tesla haben werden weiter mit radarsensoren beliefert das verstehe ich soweit dass dieses auch mit den neuen autos aus der giga berlin passt passieren wird und weiterhin aus der giga shanghai passieren wird und das sollte darauf hin dass es ein bisschen eine zweiklassengesellschaft in bezug auf den dass den autopiloten bei tesla geben wird man wird erstmal nur mit pure vision in amerika arbeiten des weiteren haben wir hier ein reddit user der sich ein auto gekauft hat und noch mal ein bisschen so die codes auseinander gefremelt hat und hier deutet einiges darauf hin dass der preis von 10.000 dollar auf 14.000 dollar ansteigt das würde ja in dem sinne auch sinn machen also ich sage nicht dass ich den preis für legitim halte aber es macht sinn den preis anzuheben weil eben halt diese großartigen updates und vor allem das v9 beta software update kommen wird hat tesla immer schon in der vergangenheit die preise wenn riesen updates kamen auch dann nach einer gewissen zeit abgedatet also diese codes die er da gefunden hat deuten darauf hin lassen uns überraschen ich habe leider keine weiteren quellen also bitte habt das mit vorsicht oder nutzt diese info mit vorsicht es wird schon darüber berichtet aber es deutet einiges darüber darauf hinaus dass wir hier einen weiteren preisanstieg sehen werden wo wir jetzt dieses thema noch mal behandelt haben gehen wir noch mal zurück zum thema des pure vision und zwar hier ist es so dass der auto steer auf 75 meilen pro stunde beziehungsweise 120 kilometer pro stunden beschränkt sein wird das ist das maximum an geschwindigkeit und des weiteren wird mehr platz zum vorfahrenden auto verlangt das ist wahrscheinlich jetzt erst mal einen sicherheits hintergrund weil man natürlich pure vision erst mal auf die straße bringt und entsprechend erst mal zum laufen bringen muss die ganzen daten die inhalt gesammelt werden mit dem model 3 und model y das ist halt das ziel weißen massenproduktion auto ist und deswegen gibt es auch pure vision nicht in den model s und model x das heißt diese beiden neuen versionen des autos werden weiterhin mit radarsensoren geliefert es ist also zu erwarten dass folgende situation passieren wird es wird sehr sehr davon abhängen wie die sache sich in amerika entwickelt und es deutet sich auch sehr an wo am ende erst mal als alles erstes die robotaxis wie sie genannt werden oder dieses selbstfahrende network was wir irgendwann uns erhoffen wird wahrscheinlich erst in amerika stattfinden sie werden jetzt die vision erst mal in amerika aus ausfahren und dann dann werden sie später wahrscheinlich immer weiter ist verbessern und dann werden erst die vision autos auch in berlin beziehungsweise grünheide und schanghai geliefert werden und daran sieht man dass die strategie doch sehr sehr deutlich ist dass die gesamten robotaxi flotten als allererstes wahrscheinlich auch in amerika dann auf den markt gehen werden es ist so dass ich ehrlich sagen muss dass ich wirklich sehr sehr begeistert bin dass endlich dieses update kommt es wird auch sehr sehr interessant sein wie schnell und wie viel tesla mit den sogenannten subscriptions fsd subscription geld verdienen wird und natürlich ist natürlich finde ich es auch sehr wichtig zu sehen wie sich das entwickelt werden wir unfälle sehen ja nein wie sicher ist es wie viel spielraum hat tesla hier weiter sich zu entwickeln und wie schnell können sie dann zu vollautonomen autos kommen mit diesen neuen updates wir haben natürlich jetzt sehr lange gewartet auf das v9 beta software update und ich bin natürlich jetzt mal gespannt ob die erwartungen die natürlich da geschürt worden sind auch von elon musk ob die alle eintreffen es wird also bald wahrscheinlich eine zeit geben wo leute mit diesem neuen update rumfahren wir neue bilder sehen neues bildmaterial haben neue erfahrungen haben und dann werden wir sehen ob wirklich da ein riesen sprung stattgefunden hat des weiteren wird auch sehr sehr gut zu sehen ist dass eben halt der ki chef andrei eben halt auch diesen twitter den tweet von elon musk geliked hat das ist auch noch mal eine bestätigung dass hier dieses zeitfenster was elon musk vorgegeben hat dann wohl auch so stimmt und dass man hier auf der ja auf der gleichen wellenlänge ist also dementsprechend ich hoffe euch hat das die video gefallen es sind wirklich sehr 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 gute nachrichten die wir haben weil wirklich alles jetzt kombiniert zusammen passiert lasst gern ein abo da beziehungsweise gibt mir gerne feedback wie es euch gefallen hat macht's gut bis dann tschüss es 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 Vielen Dank.